Musik Umgeben von Redtbergen drunter Schloss Habsburg auf einem Hügel mitten im Kanton Aargau. Es erzählt den Beginn der tausendjährigen Geschichte der Habsburger, die dort ihren Laufnamen und Europabissen die heutige Zeit prägt. In weite Landschaften eingebettet lockt der Kanton Aargau mit 42 weiteren historischen Burgen, Schlössern und Ruinen. Auf einem Bequemen Roadtrip durch die Region lässt sich in die Vergangenheit reisen und spannende Geschichten zur Herrscherdynastie entdecken. Wie die einzigartige Liebesgeschichte der letzten Habsburger Kaiserin Zita. Ihr konserviertes Herz liegt gemeinsam mit dem ihres Mannes im Kloster Muri. Nach einer vielfältigen Fahrt durch den geschichtsträchtigen Kanton lädt der Hallwieler See zum Entspannen ein.